Götigkeit ist meine Religion. Das ist ein Ausdruck, den der Dalai Lama, ich denke, der ist jedem bekannt, der Dalai Lama einmal geantwortet hat, als ihn jemand fragte, welcher Religion er anhängig ist. Was so Leute zu fragen, ehe der Tag rumgeht, ist sehr interessant und die Fragen sprechen immer wieder für sich. Und dann wird dir doch tatsächlich auch gefragt, welche Religionen hängen sie an? Es gibt viele Buddhisten, die sagen, Buddhismus ist eigentlich keine Religion in dem Sinne, aber man kann natürlich auch der Auffassung sein, zu Recht der Auffassung sein, dass Buddhismus eine Religion ist. Also eine Religion im Sinne des griechischen Ausdrucks Religiorückverbindung. Oder wir haben den Begriff Yoga im Hinduistischen, wo man auch sagt, es ist wieder eine Reunion. Religion oder Rückverbindung zu dem Umfassenderen, zu dem Transzendentalen, zu dem Ganzheitlichen, in dem wir ja sind als Menschen. Und dann natürlich auch die Frage, was ist deine Religion? Oder ich erinnere mich an eine Frau, der ich mal begegnet bin und wir hatten so einen Spaziergang hingelegt, dann an dem Sonntag. Und die Frau hat mich interessiert damals und wir sind dann so durch die Weinberge gegangen im Margräfler Land. Und irgendwann fragte sie so am Ende dieses Spaziergangs der ersten Begegnung, der ersten vielleicht potenziellen Begegnung, die wir hätten haben können. Ja, wie hältst du es mit der Religion? Oder was ist so dein Glaube im religiösen Sinne? Und ich dachte, wie kann die mich das fragen? Ist es überhaupt erlaubt, so eine Frage zu stellen? Weil Religion ist etwas sehr Persönliches und das kann man natürlich auch nicht nur im persönlichen Sinne beantworten, sondern es ist interessant, dass man das gefragt wird. Das ist wie so eine inquisitorische Frage oder so kam es mir vor und ich fand die Frau eigentlich sehr sympathisch. Und dann fragte sie plötzlich dieses hinein, so als wie so ein Fragepunkt, um mich zu checken. Wie hat das mit der Religion, wenn ich mich mit dem einlasse oder so? Wahrscheinlich so gemeint in der Formation und ich war da einfach nur relativ sprachlos. Und dachte mir, mein Gott, so ein großes Thema, Religion. Und das so dann, by the way, zu erfragen bei einem Spaziergang, kam mir doch reichlich naiv vor oder seltsam vor in der Art. Aber zurück zu dem, wie der Dalai Lama gefragt wurde, was ist seine Religion? Und dann war der wahrscheinlich auch ganz schön baff und hat dann ganz klar geantwortet, Gütigkeit ist meine Religion, nur die Gütigkeit, nichts weiter. Und das mag vielleicht den Frager, die Fragerinnen ein bisschen irritiert haben, wie Gütigkeit. Ja, Gütigkeit, einfach die Gütigkeit. Und was ist denn Gütigkeit? Und da sage ich eben sicher als Untertitel, meine Güte. Und eben der Ausspruch kommt vom Dalai Lama. Das ist ja das Audio dazu. Und zu sagen, Religion, ja, mei, ich halte es mit dem Christentum und da ganz besonders mit dem Alten Testament oder ich halte es mit dem Islam und damit nicht nur Mohammed, sondern anderen. Das kann dann sehr schnell verfänglich werden und weitläufig werden und vielleicht sogar belehrend werden oder zum Religionskrieg ausarten und all das. Und ein Glaubensbekenntnis sein. Und ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch an diese zahllos abverlangten Glaubensbekenntnisse von Kindern, von Schülern früher in der Schule, Katechismus, Religionen, evangelisch, katholisch, in einem martialistischen Sinne, martialisch, ganz betont. Und so diese Unterordnung, du musst ein Glaubensbekenntnis haben und all das. Dieser Dreck, der uns da angetan wurde als Jugendliche, besonders als Jugendliche. Ich will mal die Kindheit ausnehmen davon. Diese Unterwerfung. Dieses, wie hast du es mit der Religion? Du kommst hier nicht rein, wenn du nicht das und das hast. Und das ist ein ganz großes Thema und hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich mich vollkommen befreit habe von irgendeiner Zugehörigkeit im religiösen Sinne. Und insofern gefällt mir diese Antwort vom Dalai Lama so gut zu sagen, Gütigkeit ist meine Religion. Ich bin gütig. Ich versuche immer wieder gütig zu sein. Ich bin vielleicht nicht immer gütig, aber ich werde mir immer wieder dessen bewusst, dass die Gütigkeit so wichtig ist. Und genau das ist es, was ich auch trage. Wo ich sagen würde, yo, Dalai Lama, da hast du recht. Die Gütigkeit ist im Zweifelsfall immer wieder das, was passiert. Ich kann sehr böse sein. Ich kann sehr provokativ sein. Ich kann mich mit Menschen streiten. Aber was immer wieder geschieht, und vielleicht sogar erstaunlicherweise oder typischerweise für unser menschliches Dasein und mein persönliches Dasein, ist die Gütigkeit, die aus all dieser Vielfalt resultiert. Tatsächlich. Dieses gütige Gefühl mit sich selbst, dieses gütige Gefühl mit deiner Katze, mit deinem Hund, mit deinem Kind, mit deiner Frau, mit den zahllosen Menschen, die uns im Leben begegnen, immer wieder begegnen. Auch immer wieder begegnen. Ich erlebe das jetzt gerade, dass wieder Menschen auftauchen aus der Vergangenheit, von denen ich vielleicht geglaubt habe, sie kommen nie mehr wieder. und plötzlich sind sie da und ganz nah da. Und dann erzeugt es ein Gefühl von Gütigkeit zum Beispiel. Gütigkeit gegenüber der Welt. in der Gütigkeit. Und das ist ja nichts weiter als Liebe. Diese immer wieder vorhandene Liebe. Und wie versteigen wir uns als Menschen? In welche Konzepte gehen wir hinein? In welche Taten gehen wir hinein? In welche Verhaltensweisen gehen wir hinein? Und entwickeln die einseitig und leiden drunter. Und andere leiden und so weiter. Und irgendwann löst es sich glücklicherweise auf, weil etwas gütig ist. Etwas ist gütig, der liebe Gott. Das Schicksal, dein Karma. Der Buddha, der Karma-Paar. Mohammed, Jesus und bla 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 bla. All die haben immer wieder Gütigkeit. Gefordert, gelehrt, bemerkt, gelebt. So. Und gütig kann jeder sein. Jedes Lebewesen, jede Begegnung ist eine gütige Begegnung letztendlich. Nichts weiter. All das, was uns begegnet, ist gütig. Ist gütig grundgestimmt. Ist gütig veranlagt. Weil alles nur aus Liebe gemacht ist. Alles, 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 was wir betrachten können. Und wie gesagt, wie oft versteigen wir uns in der Menschheit als Menschen immer wieder in Einseitigkeiten, wo da keine Güte ist, wo da Hass ist, wo seelenlose Landschaften verkommen in Deutschland. Und Deutschland ist meines Erachtens irgendwo auch also in gewissen Bereichen seelenlos empfindbar. So, sag ich mal so, als Kritiker von Deutschland. Ich lebe hier und ich liebe das Land trotzdem oder gerade deswegen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte nicht auswandern oder woanders mich verkrümeln. Oder das. Aber Gütigkeit ist dieses große Ding, das immer wieder läuft. Kann alles Mögliche passieren, alles Mögliche geschehen. Letztendlich endet es immer wieder in Gütigkeit. In dem Verzeihen, in dem Loslassen. In dem Sagen, ja, mei, das ist passiert und das ist passiert. Dann kann ich Belege bringen und nochmal und nochmal und da. Und da nachtreten und all das. Und Augen und Augen und so und so. Es geht immer weiter. Und es ist sinnlos, oft das, was wir als Menschen betreiben. Es ist oft sinnlos, die viel, viele Sachen sind unheimlich sinnlos in dem, was wir eigentlich in der Sache verfolgen oder offensichtlich in der Sache verfolgen, wenn wir uns nicht der Gütigkeit bewusst werden. Und dann löst plötzlich Gütigkeit dieses einseitige Potenzial und dieses einseitige Gebaren auf. Auf, zack, ist plötzlich aufgelöst und es entsteht Gütigkeit. Diese Empfindungsfähigkeit, dieses Mitgefühl, dieses Miteinander. Und es ist nicht der Satz, liebet euch und liebet eure Nächsten. Das ist natürlich auch das, was gemeint ist. Sondern Gütigkeit ist das, was du empfindest immer wieder, erstaunlicherweise immer wieder empfindest und wodurch du lebst und wodurch du bist und was du eben verbreitest in der Gütigkeit, in dem gütigen Lächeln, in der gütigen Aufmerksamkeit, in dieser gütigen, allgütigen Berührung, die geschieht, wo du berührt wirst, wo du andere berührst, und wo eine Erfüllung entsteht aus dieser Berührung von Gütigkeit heraus. Das ist die Liebe, die tatsächlich ist und die sich natürlich dann manifestieren kann in der Sexualität und Gott weiß, wo in unserem Leben. Aber alles lebt nur von dieser Gütigkeit. Und deswegen brauchen wir alle letztendlich immer wieder eine Phase oder eine Besinnung der Gütigkeit. Gütigkeit. Das kann ein Seminar sein, ein Workshop, bla bla, wie man das nennen will, diese ganzen Kack-Bildungssachen, die wir uns so antun, auch in dem Zusammenhang. Wie lerne ich denn Gütigkeit und so? Ja, klar, lernst du einfach in der Begegnung, in dem Leben, in dem Leben erfahren. So, das ist Gütigkeit. Wenn du atmest, ist das schon eine Form von Gütigkeit. Aber Gütigkeit, dieses Nachlassenkönnen, nicht mehr die Einseitigkeit zu betreiben, die man vorher betrieben hat. Und machen wir uns nichts vor, als Menschen betreiben wir vieles in einer starken Einseitigkeit und starken Selbstbezogenheit und einen starken Materialismus und bla bla bla, was noch. Und letztendlich geht es immer nur um Gütigkeit. Und das ist unsere Religion. Die Gütigkeit, die Liebe, in der wir sind, geborgen sind, in der wir andere bergen, in der wir uns selbst bergen und aufgehoben sind, in einem großartigen Schöpfungsprozess, in einem wunderbaren Potenzial, das sich viele Menschen noch nicht in ihrer künsten Fantasie vorstellen können. Das ist die Botschaft dabei. Und insofern hat der Recht, der Dalai Lama, wenn er sagt, Gütigkeit ist meine Religion, das ist meine Religion. Und dann hat er sich derjenige oder diejenige nur umgedreht und gesagt, ja gut, schön, ich durfte dem Dalai Lama eine Frage stellen, hat mir sie auf diese Art und Weise beantwortet, so wie ich der Frau damals in dem Weinberg, ich glaube, da war sogar noch eher so ein Kreuz da, oder so eine kleine Kapelle da, als sie das gefragt hat, wo ich nichts gesagt habe und dachte mir, oh, das spricht ja jetzt für die Begegnung, die wir haben. Und so war es dann auch. Also es fand da nicht weiter statt, ist auch nicht weiter schlimm, so wie das so ist im Leben. Nicht der eine kommt, der andere geht. Aber es ist tatsächlich die Gütigkeit. Das Gütige in uns, das Gütige in der Natur, das Gütige in der Begegnung, das Gütige im Blick. Wie oft haben wir Blicke, die so gütig sind. Wenn ich so an unsere Kinder denke, so diese Gütigkeit, ein Bild anzuschauen von dem, von ihr, und den Kindern zu begegnen und das einfach nur gütig zu sein, der gütige Blick, der gütige Blick deiner Frau, deiner Mutter, der Menschen überhaupt, wenn sie sich anschauen, wenn sie wagen, sich anzuschauen und mal einen Moment lang diesen ganzen Krieg gehen lassen oder diese Forderungen, Erwartungen, Überforderungen und die Einseitigkeit. Einfach nur mal aufmachen, ganz kurz Augen auf. Bitte Augen auf dabei, ist ganz wichtig. Augen auf und nicht schließen. Augen auf. Und sich angucken. Guckt sich einfach nur an. Schau an, schau sie an. Schau die Frau an bei der Post, bei dem Postschalter, in die ich verliebt bin. Ja, nachher, wenn ich da zur Post gehe. So. Natürlich liebe ich die Frau. Ich liebe sie. Ich kann mir Gott weiß was vorstellen. Natürlich tue ich das nicht. Bin ja verheiratet. So. Und habe das auch nicht nötig, mal abgesehen davon. Aber die Gütigkeit in dem Verliebtsein oder in der Begegnung oder in dem Flirt, der stattfindet, das ist was Schönes. Einfach wundervoll. Gütigkeit. Schön, dass diese Menschen da sind. Schön, dass du da bist. Schön, dass du denen begegnen darfst. Das ist Gütigkeit. Und so ist es mit dem Sonnenlicht und mit dem Wetter und den Jahreszeiten und all dem. Und deswegen kann man wirklich sagen, Gütigkeit ist alldurchdringend und überall vorhanden. Und es ist das Liebespotenzial an sich. Und deswegen der Ausdruck, Gütigkeit ist meine Religion. Du meine Güte. Das vom Dalai Lama.